Hey, Internet und YouTube. Zurück bei Lucy. Und ich hab keine Ahnung, was ist jetzt? Let's take a look. Ähm, papapam, der Ofen hab ich doch gemacht. Wohin, ich sollte... Ich hab keine Ahnung, was geht denn jetzt hier ab? Okay, mein Zimmer aufräumen. Ich mach mein Zimmer aufräumen. Oh, Jesus Christ. Jetzt muss ich ja auch noch arbeiten. Was soll ich... Okay, ich schätze. So. Super, ich bin ja so brav. So ein braves Kind. So ein braves Kind. Hin und wieder. Tötet es halt aber. Nein, die Güte. Nobody's perfect. Nobody's perfect. Das kann ich nicht aufheben. Auch nicht. Der passt doch. Wunderbar ist der hier. Okay, das ist hier noch rein. Noch was. Jetzt hab ich die Schnauze voll bei... Wow. Hausarbeit erledigt. Jawohl. Dankeschön. Und jetzt... ...mach ich noch eine Fleißaufgabe. Hier, ich spiel damit. Ich befehle es dir. Ich folge einfach der gepunktet mit der gestrichelten grünen Linie. Und alles wird gut. Wer hat die Tür öffengelassen? Das war sicher ich. Ich glaube, da müsste ich den Weg ja schon kennen, oder? Halleluja. Okay, hier klopft mein Dings, aber... Das ist kein Kreuz, oder? Man sagte mir, ich soll die Kreuze umtränken. But I don't know. Na, wer ist denn hier? Hallo? Da bist du ja. Hast du gut geschlafen? Super. Du bewegst deinen Mund, obwohl du nicht mehr redest. Das macht mir Angst. Hast du daran gedacht, dir die Zähne zu putzen? Ich will dich nicht nochmal erinnern. Meine Zähne putzen, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich muss mit deinem Vater über diesen Handwerker reden. Was streichst du hier auch immer die... Und könntest du mir irgendwas anderes zum Anziehen geben? Ich meine, jedes sechsjährige Kind ist absolut creepy. Mit diesem Anzug. I see you. Ja, das passt doch viel besser. Tine Wittler wäre zufrieden. Auf, wenn's witzig. Auf, wenn's witzig. Oh! Das ist etwa ein Piesel-Mod. Ivor. Er ist immer betrunken. Er würde es gar nicht merken, wenn ich seine Pläne ein wenig ändere. Wie? Wie? Ändere? Ivor. Gravitation ist in diesem Haus anders natürlich. Neues Inventar-Objekt. Vielleicht sollte ich damit etwas zerschlagen. Und zwar... Die Toilette! Nicht. Was? Was steht hier? Aufgabenliste des Hausmeisters. Okay. Oh. Was machst du? Neuer Eintrag im Notizbuch. Klavier reparieren. What für ein... Was für ein Klavier? Was machst du? Was für ein Klavier? Ah, ich soll das... Was? 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 Was geht's denn hier? Wo bin ich? Warte, warte. Exakt. Ja, das machst du besser. Shit. Shit. Warte noch einen Moment. Oh. Spielende. Gut, hat mich sehr gefreut. Danke fürs Zusehen. Mutti hat mich erwischt beim Spielen. Oh mein Gott. Nicht, das ziehen wir auch noch auf. No. Den ganzen Käse hier nochmal. Rein mit dem Müll. Ich brauche echt Angestellte hier. Okay, hier gibt es doch F5, oder? F5 for the win. Okay, danke. Tschüss. Raus. Zack. Ups. Hey, ich habe aufgeräumt. Sprechschraube. Wunderbar. Und folgt mir bitte nicht, denn ich habe Dinge zu... So. Bleibt draußen. Warte, das Kreuz drehen wir noch um. So, dankeschön. Ivor. Servus. Ivor, bekommt zwei Sequenzen heute. Nicht schlecht. Okay. Danke. Oh shit, vielleicht sollte ich ein bisschen warten hier. Warte, zuerst F5. Mach das. Ich habe diesen Schraubschlüssel einfach nur so in der Hand. Nein. Falsche Taste. Geh weg. Nein. Falsche Taste. Geh weg. Wir machen hier zu. Okay, okay, okay. Eivor. Herr Lockner, habe ich doch gemacht. Upsi. Eivor, kommt. Und jetzt, was passiert jetzt? La, 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 la. Ja, was soll schon. Guck. Ein paar meiner neuen Fähigkeiten. Was habe ich denn für Fähigkeiten? Das habe ich doch schon längst wieder vergessen. Eins. Eins, passiert nichts. Zwei, was war zwei? Ist das gut? Sequenz, das war sehr gut. Eine kurze Trauerminute für Eivor. Au. Was ist denn das? Wir wollen es denn Gromit? Okay. Ah, der Superdetektiv. Ich sage es Ihnen ungern. Aber anscheinend war Ihr Handwerkersturz betrunken. Irgendwann musste es einmal passieren. Ich wollte ihn nach den Zwischenfällen feiern, habe es aber nicht übers Herz gebracht. Nach den jüngsten Ereignissen ist es schwer genug, das Personal zu halten. Geben Sie sich nicht die Schuld. Das ist der schlimmste Fall von beruflicher Nachlässigkeit, der mir je begegnet ist. Das erklärt vielleicht das Gasleck. Aber nicht den Tod im Kühlraum. Die Autopsie des Dienstmädchens ergab nichts. Aber momentan ist unsere Theorie, dass sie ein schwaches Herz hatte. Oder Kreislaufprobleme. Ich sehe das Zumpfi. Da hinten, oder? Fuhi. Deibel. Messerscharf. Ich stehe auf. Die Sonne scheint. Und es ist ein guter Tag zum Morgen. Dann hast du dich wieder umgezogen in diesem blödsinnigen... Irgendjemand kommt. Ins Zimmer? Nee. Okay, das trifft sich doch gut. Wir haben Ivo erledigt. Das ging ruckzuck. Ich hatte Glück. Ich meine, ich wusste, das war mein Mordsinstinkt. Und sogar eine Fleißaufgabe. Hier, bitteschön. Ivo ist fertig. Das ist das. Blablabla. Mein Zimmer aufräumen. Habe ich alles erledigt? Okay, Map. Ich muss schon wieder runter. WC habe ich doch. Hier ist Fragezeichen. Whatever. Ich folge einfach immer dem grönen Ding. Das muss ja meine Quest daneben vorantreiben. Zwei ist dieses... Ich weiß noch immer nicht, was eins ist. Egal. Ich drücke einfach immer irgendwas. Und alles wird gut. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Das war's mit Ivo. Tschüss, Ivo. Tschüss. 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 Vielen Dank.